Hier sehen wir jetzt die Villa Nr. 44 bis 5 Personen. Die sind super schön groß eingerichtet mit Sprünbrennen. Ganz, ganz toll. Einen großen Tisch. Hier hat man das alte Doppelzimmer mit Fernseher, Dusche, WC und hier nochmal ein separates Waschbecken. Hier hat man eine eigene Dusche herausschen, zwei Liegestühle. Und hier kann man dann begehbarer Kleiderschrank auch schön mit Waschecke, großes Bett. Und mit Badewanne und Valette. Ganz, ganz toll gemacht.